So, jetzt wollen wir uns einen Websurfer einrichten, dazu nehme ich wieder einen Rechner her, den nehme ich dann als Websurfer her, einen einfachen Client und ich verbinde die mit den Kabeln, hier muss ich noch schauen, dass die IP-Adresse eine andere ist, da mache ich einen 11 daraus und hier, das bleibt bei der 10. So, dann gehe ich in den Aktionsmodus, hier installiere ich jetzt einfach mal einen Browser, wo haben wir den, Webbrowser, ok, und hier auf dem Websurfer, da brauche ich einen Websurfer, genau, so, Änderungen annehmen, dann starten wir mal diesen Webserver, so, und hier starten wir den Browser und wenn ich jetzt hier die IP-Adresse eingebe, 192.168.0.11, dann komme ich eben auf diesen, auf diese Internetseite, die hier hinterlegt ist. Wenn ich jetzt wissen möchte, wo diese Internetseite liegt, wo was darin enthalten ist, dann brauche ich hier eine weitere Installation, und dazu muss ich hier erstmal, da kommt das hier, ja genau, Startbildschirm, komme ich wieder auf Software-Paket und dann mache ich noch den Datei-Explorer und einen Text-Editor. So, im Datei-Explorer kann ich mir jetzt das mal anschauen, Web-Server hat zwei HTML, hat eine HTML-Datei mit der Startseite, die kann ich so leider nicht aufmachen und ein Bild hinterlegt und dieses Bild und diese Webseite, das sieht man praktisch hier, also hier ist die Webseite auf dieser Index-HTML und das Bild, was hier reingezogen wird, das ist praktisch die Splash Screen Mini PNG und ja, jetzt könnte ich also hergehen, kann auf den Web-Server, da gehe ich wieder auf den Startbildschirm, gehe auf den Text-Editor, sage ich mal öffnen, Web-Server, HTML-Datei, öffnen und hier sehe ich, wie diese HTML-Datei aussieht, die könnte ich jetzt entsprechend verändern, wieder speichern und wenn ich dann über den Client auf den Browser gehe, dann kann ich entsprechend die Veränderungen sehen und das machen wir allerdings im nächsten Video. Okay, dann erstmal so aufbauen, wie hier gezeigt. Wie sieht das, das ist es dass, die Pläne ausgestattet sind, noch nicht in der Technologie, denn wie sie schauften. Okay, dann kommt das zur Bildung darin, also wo du über die Beispiele verwendest. Wie sieht die Brady ausgestattet,ioni diese Pläne ausgestattet und weil ich es jetzt nicht richtig richtig Sozial an, wie die Pläne ausgestattet habe. Dann ebenso ich, wenn man dann inочка strategiert und die Applaus ein sehr gut ist, ich bin sehr sicher, dass die Pläne ausgestattete, Und dann hat das noch eine Bericht auf die Pläne ausgestattet. Und da kann man in das kleinen Pläne ausgestattet haben und der Pläne ausgestattet.